Und damit herzlich willkommen zum Ende vom zwölften Kapitel zu Resident Evil. Hier. Ich guck mal ob ich hier ein bisschen was craften kann. Money. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen mehr Rifle-Money. Wenn ich ran konnte, ich hätte... Ah ok, du bist noch eine dritte Person. Ach, warum nicht? Und? Jetzt? Grüne Herbe, grüne Herbe. Mutknife. Oh, dich wird das lange gekauft, um zu sterben. Schrotti. Aber ich hab zu wenig Money bekommen, als ich jetzt erwarten würde, hier drin ein Bosskampf zu sein. Mutige Worte, ich weiß. Aber am meisten sind kein Monster davon. Aber es ist eine Cutscene. Ich hab dazu geholfen, die Frau zu dir, wie du hast erwähnt. Du sagst unserem Lord nicht vergessen. Die Loyalität seiner Serventure, Ramon. Ashley! Leon! Such a fool, Mr. Genity. You have been bestowed with Lord Sadler. You talk too much. You vulgar! Utterly uncivilized! Ah! Oh, Grohl! Allow me to show you the power that has been granted by my master. The power of God! The stage is set for the final act. I think the black thing is... Okay. I knew it. I have found my script, Mr. Genity. Someone gets to carry it away. We just need this over. You got it exact script. Well then. Why don't you show me what a first class script is like. Oh. Ah, kann schon schießen. Alter, ob der Heavy da ne Pfütze ist. Oh mein Gott, ist die 14 nicht. Ich bin blind. Okay, hab jetzt wirklich damage. Das halt noch nicht. Oh mein Gott, ich hab nicht gesehen, was ich sch- Holy shit, musst du viel damage. Ich hab gesehen, was ich springe heute. Darf ich denn gar nicht überall hinzuschießen? Meine Güte. Ich darf nicht damage schießen. Dann musst du sterben, ist okay. Ich hasse zu sterben in nem Spiel. hmmm, ich hasse es umgebe mir mehr Spurfilter wenigstens Spurfilter sind wenig Es gibt jetzt meine Katze Halt die Fresse Sorry Sorry, aber ich bin gerade echt so hmmm um 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 Hallo! Nein, du wirst! Einfach, weil ich es sage. Schass, diese Fritzen. Schass mich. Warte doch nach. Ich habe dieses Speck gesehen. Ja, da nicht herkomme ich mich mehr ausweichen im Spiel. Gib mir doch manchmal ein paar Möglichkeiten. Nur so ein paar. Ja. Okay, er leitet sich wieder auf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot schon fast. Ja, ich weiß. Manch angreifen muss. Danke, spiel. Ich kenn dich. Jetzt kriege ich doch nicht mehr zu Shotgun, Muni! Also langsam ein bisschen frech Spiel. Und so... Yeah, it's okay, good Ich glaube da keine Deckung Ja, in der Moment Das war perfekte Deckung Noch nie so viele Kommissionen in einem Videospiel Mh... Insidered Das wusste hier ins Teamspiel Aber wir gehen mir wenigstens zusammen raus Und dann bin ich ja schon zufrieden Ja, spielen ist gut Ich weiß, ich kann uns einfacher stellen Danke, ich will... Ich will die Challenge Gib mir die Challenge Okay, ich kann mir mal einen Magnum holen Ist okay, spielen Hatte, ich bin ja schon recht Magnum ist ja nicht schlecht Okay Oh, in der andere Richtung Nope Ist doch Stinkraer ist okay Ist doch noch ein bisschen klein Ist doch noch ein Kampf Hm... Okay, ich habe Plätze für... Ah mein Schocki Ich will mal einen Schocki Ich will mal einen Schocki So, muss ich jetzt auch mal einen Tisch kombinieren Ich will nur gerade mal ein bisschen Platz machen Und vielleicht wird es halt nicht schön In meiner Knie Ich habe schon sechs Stück Dann müsste ich mal einen Tisch Und eins Und eins Wie schön Da hat es ja gerne mit Rohflintenmoney Das ja gar nicht spaß Gerade Als ich Rundenflinten, Moni stepp ich gegen den Muster echt gut. Und natürlich Duffen. Der Magnum macht zu viel Damage. Ich bin auch jetzt schon 15 und meine Schrotflinte macht gerade mal 8. Du bist nicht ein Extra-Mister oder ein Spielkennedy? Dann können wir doch weitergehen. Soll sie mich einfach nicht so, was ich mit den Mann schreibe. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht so gut bin. Das ist eine Schrotflinte. Das ist eine Schrotflinte. Was soll ich denn? Kritt ist es nicht so, was ich mit den Wunden schreibe? Das ist so, was ich mit dem Wunden schreibe. Das ist ein Schrotflinte. Das ist ein Schrotz. Das ist ein Schrotz. Das ist ein Schrotz. Ah, das ist doch halt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß Okay, ich bin chunky ausgewischt Ich kann nicht aus solchen Spielen. Bitte sei nett. Bist du? Ah, Null. Okay. Was er Lull war gerade nicht darauf beschweren, weil er mich kennen will. I make no money. Ups. Ich bin gerade auf der Stich noch nehmen. Ich habe gedacht, dass ich da noch in die Ecke bin. Wollte. Was hast du durchgemacht? Ich bin hingeschossen. Du bist gerade von oben. Ich weiß, liegt man so schlecht. Ups. Ups. Diese dummen Fallen. Läuft das halbendlich auch eh ins, oder? Läuft das halbendlich auch nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe das halbendlich. Okay. Komm mir jetzt. Oh, money. Was ist das? Und gun. Okay. Oh, das ist mir und gun. Okay. Spiel. Spiel. Okay. Wann hat das da wieder gemacht? Was ist quasi mit der Explosion? Und er versteht was ich meine. Ich bin happy, dass ich mir in die Idee gekommen ist. Was ist das mit dem? Was? Och, komisch ne Spiel. Ich hab's nicht weg gesehen. Ja. Da. Da komm ich nicht mehr weg. Das ist bei euch einfach gerade nur der Bosskampf. Okay. Okay. Und dann habe ich mich dazu entschieden mit der zu spielen. Okay. Dann habe ich mir auf das Ding her когда zeigst. Oh, komm mal. Was ist das, was ich nicht von Defizienz, gegen mich? Hahaha, du bist einfach fräscher, du kleiner, kleiner. Ich weiß nicht was das heißt Sorry, ich würde gerne ein bisschen mehr reden, aber ich muss tatsächlich ein bisschen konzentrieren während des Kampfes Ich bin nicht noch öfter sterben Auf jeden Fall Das hat mir leider mit Schmachmutter Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh ich hab zwei Schüsse noch Das ist ja das Demon Child Wow die Magnum ist einfach wirklich viel zu stark Wow ist die Magnum stark Also wie dumm stark die ist Ich meine ich bin verletzt und so als mögliche keine Frage aber ich muss mich nur nichtmals mehr heilen Ich habe gesagt die Magnum ist stark aber hol ich jetzt so stark Ich glaube dass man Munition nicht lagern kann Dann sind wir tatsächlich mit dem Schloss fertig Ich weiß das ist unser nächster Kampf Logischerweise gegen Master Chief sein wird Weil wir haben ja immer erst den Hauptbus kennengelernt bevor wir uns im Frontex kennengelernt haben Aber ich denke mal lange wird der Kapitel nicht mehr gehen Logischerweise Logischerweise Ich habe nämlich das Gefühl dass wir mit der Insel hier gerade gesandt Und ja ich bin Was sie ist gerade nur das? Schloss Oh was hat es jetzt langsam echt merkwürdig Also es ist das Schloss zum Beispiel auf jeden Fall hier Aber ich glaube wir sind jetzt mit dem nächsten Major Capital fertig Und ich bin dann schon mal so und halt wieder drüber manche mit nur kombinieren? Perfektion dann halt das noch nicht richtig und so das ist aber auf jeden Fall, dass wir Moni unter das mögliche Pferd aber ich werde jetzt gleich wieder ein bisschen mehr reden der Bosskampf war irgendwie so merkwürdig, weil der war jetzt nicht so nicht so aber nicht so und dass die Ja, blaues Feuer. Ich glaube, das Feuer sagt ja immer ein bisschen was aus. Ich glaube, das war auf jeden Fall für ein Schloss, bis die Ritter sich nicht mehr bewegt haben. Aber ich nehme an. Das Ende bedeutet für, naja gut, die Folge logischerweise, aber auch für das Schloss Kapitel. Ich bin nicht komplett happy mit meiner Ausbeute, weil ihr seht, ich habe hier echt noch viel übrig gelassen und so. Vor allem da drin hätte ich mich doch mal umgucken können. Aber ich bin ganz happy, wie ich gerade vorgekommen bin. Das heißt, wir sind jetzt noch hier Abschieds-KC9 und dann gehen wir noch mal weiter. Oh, verdammt. Ich bin noch gerade sicher gehen, wenn ich weiß, was ich dir angestellt habe. Okay, der war kürzer als gedacht. Ich bin gar nicht mehr mit dem Film, wir mussten nur selbst ausgehalten. Ne, paar Sekunden nicht zu reden. Aber 50. Speichestand ist mit dem Start von Kapitel 13. Spannend. Dann kann ich jetzt das hier machen. Deswegen habe ich das weggemacht. Ach, sieht auf deutsch angenehm aus. Oder so. Weiß gar nicht, wie sich das sortiert, aber egal. So, Freunde. Und das war's auf jeden Fall mit. Komm. Haben wir jetzt mal wie oft gestorben? Siebenmal. Ah. Man, ansonsten weiß ich die Helden. Meiste Zeit, ich habe es so nullmal und teilweise sieben. Und dann nicht ganz so oft, glaube ich, wie in einem anderen Kapitel, oder? Doch, tatsächlich, das meiste mal. Nee. Vorwahl an meinem Rekord bei vier. Meine Genauigkeit nimmt lauere Entscheid echt ab. Okay, aber es ist noch nicht an meinem tiefsten Punkt, wie ich sehe. 66 Prozent der Getrefferrat. Ui, 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 ui. 20 Mal getroffen, 37 Mal. 37 Mal getroffen, holi. Und hier wurde ich neunmal getroffen, aber bin letztlich gestorben in den One-Head-Attacken halt. Naja. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich habe es heute Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. AK Morgen. 5 6 8 9 10 10 12 15 Vielen Dank.